Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Together. Porte 2 im Coop. Mit mir. Mit DTM NTF 1. So, los geht's. Und mir Mulchan. Vielleicht mehr Schritte bis jetzt. Yeah! Die fette Sau! Und wir gehen jetzt rein. Wo bist du denn? Mein Gott, schneller Junge. Esst du mal ein bisschen Nöpfel. Und zwar Kammer 4, Transport, Schicht. Ach du Scheiße. Das hört sich schon kompliziert an. Begehen Sie sich in die Demontagekammern. Halt die Schnauze an. So, ich bin nicht jetzt hier drin. Ha! Was tun hier? Ha! Gelb. Falsche Kammer. Falsche Kammer. Oder geht das? Scheiße. Weg da, weg da. Oh Mann. Wir haben letztes Mal Kammer 3 durchgespielt. Hat Spaß gemacht. Mit kaum Fails. Nicht so wie ein Part 2. Oh Mann. Die Szene ist einfach nur grandios. Das ist der beste Fail, glaub ich, in diesem Let's Play, ey. Da wird noch genug kommen. Falls die User, die immer noch nicht wissen, was man meint, das ist die Szene, wo ich so komisch lache. Schaffe ich diese neue Strecke nur für euch. Neu. Ach du Scheiße. Was geht das los? Oh nein. Und das? Du kannst ja reingehen. Ja, ich hab's grad festgespielt. So, einmal da und einmal da. Orange, mach dich nicht lustig über Blue. Jetzt müssen wir einmal zurück und dann musst du deinen Hellblaus voranlassen setzen. Aber wo? Also ich will nicht hier runterfallen. Du kannst ein Gelbe, du kannst ruhig setzen. Gelb? Du kannst beides setzen. Ja, du kannst beides setzen. Das ist über dir was? Ach, guck mal, was da oben ist. Dazu mal dein, dein, dein... Äh... Geht ihr jetzt gar nicht, oder? Ja! Lebst du noch? Ich lebe nicht mehr. Ich lebe nicht mehr. Was? Ich lebe nicht mehr. Komm. Ja. Hab ich gleich getroffen? Nein. Setzt du da eins? Ne, hier eins? Hier das Gelbe? Ah! Ah! Ich hab's. Okay. Einmal durch, bitte. Komm mit mir durch. So, jetzt machst du bitte. Da hinten eins und da oben eins. Ah! 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 Ach! Stopp! Genau das gleiche! Genau das gleiche! Du musst zuerst da oben eins machen, bevor wir dann... Das können wir nicht von hier machen. Äh, das muss ich den ganzen Scheiß machen. Ich geh mal durch hier. So, wo bin ich denn? Da oben! Mach du da ein und da ein! Warte! Geht das jetzt? Und? Ha! Äh! 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 Ach, da unten geht's auf! Okay! Hallo! Boah! Hast du gesehen? Geiler Backflip! Drück mal Q in der Luft! Ich bin zuerst da! Nein! Hihihi! Oh nein, oder? Oh, der Dead-Counter geht bei mir in die Höhe! So, ein... Jetzt muss ich mich noch mal sterben lassen, oder? Oh nein! Kannst du da kein Portal setzen? Irgendwo? Nee! Hä? Oh Mann! Kann es sein, dass wir da irgendwas gegenhalten müssen? Äh, nee, du musst jetzt bitte da oben, wie du gerade eben gemacht hast, da hin machen, da eins und da hinten irgendwo in die Ecke eins. Jetzt gehst du da durch, genau. Und jetzt gehst du ganz normal weiter. Ah! 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 So, wenn ich jetzt da drüber bin, kannst du nämlich hier runterfliegen. Und dann kann ich hier hinten noch eins machen. Wo bist denn du, Dicke? Dicke! Hier oben! So, jetzt komm ich da entgegen! Ahhhh! Nice! Mach denne fettig! Wer mich irgendwie durchlässt, ist das sehr, sehr nice! Oh Gott! Ja, bin durch! Das ist nix für mich! Das muss heute mit du machen! Heute musst du mal ran! Heute musst du mal ran! Heute musst du mal ran! Heute musst du mal auf dieselbe lateinische Wurzel zurückgehen! Halt, du gehst mal weiter hier! Die Frau labert! Aber bei mir nicht! Ahhhh! Jetzt wird wieder zusammengeschraubt! Boah, das war ja mal nicht mein Level, ey! Und das ist Level eins! Und neun! Neun? Nein, neun! Nein, neun! Das wird länger als eineinhalb Stunden dauern! Wir sind ja jetzt schon bei fünf Minuten! Hehehe! Das dauert zwei Stunden! Mindestens! Naja! Fuck, du bist ja ein Maler 6,9! Doch wer sich den Test genauer ansiedelt, hat sofort, wer hier der eigentliche Held ist! So gut, da hinten muss irgend so ein Ball rein! Der Ball kommt da oben raus! Oh! So ein Fisch, ey! Du hattest recht, Orange! Blue war blöd genug, in deine Falle zu taschen! Hattest du das gehört?! Blue war blöd genug?! Huh? Nein! So! So Specky, komm mit! Specky vor allen Dingen! Tschüssi! Oh, viel zu weit! Ach, ich... Setz mal dein Blaus bitte weiter da hin! Los! Komm mit! Danke! Danke! Ich kann einfach hier durch, oder? Hehehe! Wie kommen wir da hoch? Weißt du das? Da bin ich gerade am überlegen! Bleib du mal da hier auf den Schalter! Ach! Du drückst denn den Würfel? Das geht doch da durch... Weg! Was ist denn das für ein Homo? Ach, glaube ich weiß, du musst... Wenn du denn da bist, muss ich denn meins denn drücken, oder? Wie wär's damit? Geh nochmal rein! Ja, ja! Oder so! Ha! Hä, willst's nicht machen! Ne, jetzt machen wir da jetzt nochmal da hin! Und du... Aufzumachen! Oh! Oh! Fail! Lappen! Und dann muss ich nämlich, wenn du da drinnen bist... Muss ich, glaube ich, meins denn drücken? Oder so, damit's denn bleibt! Wer ruft mich denn jetzt schon wieder an? Ja, ey! Einfach mal ausmachen, ey! Kack hätten die, ey! Oh! Aus! So, wo waren wir jetzt? So, ey, jetzt gehst du bitte rein! Gehst du bitte rein! Hier, da, springen, hoch, rein! Und dann müsste ich, glaube ich... Geht das? Nein! Fuck! Ey, wie kommen wir jetzt da hoch? So! Nachher musste nämlich der Ball hier durchgeführt werden! Ach, wir müssen jetzt mal da hochkommen! Ach, ich glaube ich weiß es! Oder? Nein! Und tschüss! Warte mal! Eins... Zwei... Zwei mal schermen ist gut! So! Das kann doch nicht so schwer sein! Warte mal! Da geht's durch! Wie... Da... Du sprichst... Fliegst denn da runter! Vielleicht schaffst du das nicht, weil du zu fett bist? Was? Also warum war ich denn zu fett, ey? Ich hab... Wir haben ein paar Kilos abgenommen! Ne, nicht so weit... Ich zieh... Ne! Ach, Quatsch hier ist! Ja, gut! Ja, aber ich... Dippet, dippet! Wie kommt man jetzt da rin? Das ist hier die Antwort! Auf die Frage! Hä? Schreien wir uns grad zu dem nicht an? Oh Gott! Das heißt, der wird zwei! Ne! Du musst jetzt nur hinfuhren! Ach du Scheiße! Was ist denn, ey? Ich hatte das mal mit dem Transportweg noch nicht in der Story! Das ist das scheiß Problem! Warte mal, wenn wir jetzt hier durchkommen, geht mein Zweck! Dann fliegst du da runter! Du kannst da erstmal gar nicht reinfliegen, weil du gar nicht so weit kommst! Das ist der Knackpunkt, ey! Du bist gezwungen, in den zu setzen, hier! Und dann... Muss man, glaube ich, da reinspringen? Warte, lass mal, lass mal so, wie ich gerade war! Ich versuche mal mit rein... mit rein springen! Das ist zu hoch! Zu tief! Yeah! Jawoll, ja! Ausglich! Das hast du genau richtig vorhergesehen! Ey, ich geb mir das grad echt zu dem nicht an! Ich versteh das hier nicht! Ich schau nicht! Und das ist das Level 2, ey! Hast du das für ne Kinderkacke, meine? Nein! Das ist das! Das ist das! Ich hab' jetzt ohne zu wollen, ey! Ich bin da einfach raufgebloggen! Du mo... Irgendwie muss man doch währenddessen denn... Da eins machen und da eins machen! Hä? Genau! Die Frage ist schwer... Ich schräg dich mal... So, ich schick nochmal hoch! Setzst du mal die Portale Da und da Ja Wie kam ich jetzt hier durch? Ach, weil ich die gemacht habe Oh nein Oh nein Dein Kommentar bitte, lieber User, danke Festhalten bitte So, jetzt nicht, nicht, nicht durchgehen Nicht durchgehen Oh Gott So, einmal da Einmal da Und jetzt musst du mir den Würfel rausschmeißen, danke Werfen wir einfach mal raus Hier rauswerfen Oh, Basketballstyle Jetzt komm raus Oh, wir sind einfach zu dämlich gewesen, ey, kann das sein Oh Gott, wie dumm Jetzt machst du bitte deine Portale einmal Da und hier auf der anderen Seite Und jetzt müssen wir den Ball wieder durchkriegen Oh nein Nein Stopp Du musst den Ball da reinmachen In das blaue Also nochmal bitte Jetzt muss ich da durchfliegen Nichts machen Weg Ich weiß es Ich weiß es Ich weiß es Ich weiß es Spring runter, du Dreckding So Mal bei Nein Danke So, der Ball muss mir jetzt hier So, mach mal hier auf Ah, nee, jetzt mach mal Oh, bleib hier, Ball Nicht wegrollen Warte, warte Kannst Deine Portale bitte einmal da Und Äh, da Und da unten Hier, wo das Da, wo dein Dunkelblau ist Da ist eins Und hier bitte eins Aufmachen musst du es schon Und weiter So, jetzt muss man es ganz schnell machen Jetzt muss nämlich der Ball Nein Handelbissen Alter, ich muss Oh, ich rieche Lass mich nochmal da hoch Lass mich nochmal da hoch Nee, ich muss den Ball da reinkriegen Lass mal den Ball da oben Und komm nur mal du runter Ich hab ihn Nicht So, hört auf Rest deine beiden Portale jetzt Oh, du bist so ein Held, ey Der gäbe es falsch platziert Der hier So, was passiert jetzt? Ja, das war ein Scheiß-Level Ja, das war ein Scheiß-Level Oh, ich stehe immer zu weit hinten, ja? Wer? Oh Mann, ich hoffe, jetzt kommt keine schweren Level Das war Level 2, es kann nur schwerer werden Boah, ey, mit dem Transport-Wing ist ja überhaupt nicht mein Fall, ey Okay? Ja, ich weiß noch nicht mehr so viel